Das ist die hohe Kunst, diese ganzen Dinge zu koordinieren. Das ist wie ein Orchester, das muss abgestimmt werden. Kratz! Stopp, stopp, stopp! 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 Nehmen, tust du auf der Baustelle. Einmal ist es schön und einmal tut es weh. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null, Sprengung! Bisher bei Mission Abriss? Das Kohlekraftwerk an der Kieler Förde soll endgültig verschwinden. Aber im Laie einfach reinlaufen, das kann schon gefährlich werden. Seit anderthalb Jahren wurden hier Schadstoffe penibel abgetragen. Erst dann konnten die Nebengebäude nach und nach abgerissen werden. Das hier ist ein Materialschlag. Was jetzt noch steht, wird gesprengt. Das Sprengteam aus Bayern ist bereit. Das passt. Ich sag jetzt mal eineinhalb Stunden ungefähr, oder? Hätte jetzt auch gesagt. Also halbe, fünf ist länger. Ich hab's dann halbe, fünf oder fünf ist ja scheißegal. Das hochbeinige Gips-Silo und die Entschwefelungsanlage sind als erste dran. Zwei schwere Bagger werden beim Gips-Silo mit dicken Stahlseilen nachhelfen. Richard Lankes hat hier die Sprengung geplant und verbindet nun die 49 Ladungen elektrisch. Alle Zünder werden in einem großen Schaltkreis hintereinander in Reihe verbunden. So ähnlich wie bei einer alten Lichterkette. Ich hab mir das so vorgestellt in der ganzen Planung. Ich geh einmal unten entlang, alle Zünder, die am Boden sind. Hinten geh ich nach oben und nach oben geh ich komplett zurück. Und hier wieder nach unten. Ich werde jetzt dann durchmessen, ob der Kreislauf geschlossen ist. An der Trommel ist kurz geschlossen. Ein Kabel führt zu den in Reihe geschalteten Zündern. Und ein Kabel zurück. Der Strom muss ungehindert durch die ganze Anlage fließen können. Der Messstrom fließt in diesem Zündkreis. Würde jetzt irgendwo eine Beschädigung sein, dann zeigt er mir das hier an. Hab ich eine Eins, passt alles. Einmal frei. Widerstand ist unendlich, das ist das, was wir haben wollen. Damit haben wir die Anlage sicher und wir können zünden. Alle dabei, mach alles fertig. Wir können zünden. Wir können zünden. Beim Gips-Silo werden nur zwei Diagonalträger herausgesprengt. Aber zuerst ist die Entschwefelungsanlage dran. Die zählen runter. Von drei, zwei, eins, null, Sprengung. Du sorgst, wenn du zu weit bist. Die Zündmaschine wird per Kurbel aufgeladen. Dieselbe Kurbel dient dann als Schalter zum Auslösen. Passt zu weit, oder? Achtung! Sprengung erfolgt in drei, zwei, eins, null! Wir sind noch nicht fertig. Also war eine super Sache. Wir lassen das jetzt mal ein bisschen verziehen. Anscheinend so wird es ausschaut, die Summen gefallen, weil es liegt ja da. Das war der erste Streich. Der erste Streich. Und nun der zweite. Achtung! Sprengung erfolgt in drei, zwei, eins, null! Krass! Die Baggerfahrer sollen das geschwächte Silo so schnell wie möglich umziehen. Stopp! 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 Jetzt kannst du ziehen! Und der ist halt wunderbar. Also wirklich diese Parabel, die hat sich auch bilderbuchmäßig eingestellt. Ohne zusätzlichen Zug. Doch was hier noch keiner ahnt, es gab einen Zwischenfall. Da wurde auf dem Ostufer in Kiel das alte Gemeinschaftskraftwerk gesprengt. Offenbar ist dabei ein mehrere Kilogramm schweres Metallteil durch die Luft geschleudert worden und schlug in einem Wohnhaus ein. Ein 6,2 Kilogramm schweres Metallfragment fliegt 1182 Meter durch die Luft. Dieses Haus wird schwer beschädigt, doch niemand wird verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die gesamte Planung für das 67 Meter hohe Kesselhaus wird überprüft und damit der nächste Sprengtermin um zwei Monate verschoben. Das massive Kesselhaus steht auf sechs gewaltigen Stützen. Und diese sechs Stützen wiederum auf schweren Betonfundamenten. Die sollen komplett pulverisiert werden. Dafür werden Löcher für den Sprengstoff gebohrt. Die Sprengleute aus Bayern sind zurück. Das ist schon keine, keine alltägliche Baustelle, das nicht. Der Aufwand, was wir hier haben, der ist schon extrem hoch. Die Kesselhaussprengung ist komplex. 288 Ladungen sollen angebracht werden. Die sogenannten Schneidladungen für das Durchtrennen von Metallträgern dürfen wir nur unscharf zeigen. Die Herstellerfirma verbietet es vertraglich. Aus Sorge, Kriminelle könnten sie nachbauen. Zum Standard-Equipment gehört auch die heilige Barbara. Die Schutzpatronin der Bergleute und der sprengenden Zunft. Für Richard war die Panne bei der ersten Sprengung ein echter Schock. Das habe ich schon zwei Wochen nachts beschäftigt. Das allererste ist erst mal, es hätte was passieren können. Ich bin so froh. Ich bin gläubig, ich bin Christ und ich glaube an unsere Schutzpatronin und die heilige Barbara und ich habe da auch meine Stoßgebete losgelassen und gedankt, dass niemandem was passiert ist. Weil Menschenleben, Menschen ist das Wichtigste, was wir haben. Diese Fensterscheibe, die Tür und das Geländer da drin und die Malerarbeiten, damit es ersetzt und gut ist. Stundenlang wurde das Videomaterial per Einzelbild analysiert. Hier siehst du einen Durchfliegen gleich. Ich schieb mal mit der Kamera ein bisschen hin und her. Da ist der Träger, der ist das Bauwerk gesprengt. Der Träger ist stumpf nach unten, hat sich verkeilt. Das Bauwerk ist nach vorne gebogen und dann irgendwann gibt er nach und hat diesen, so wie so eine Schwingung unten, hat ein Stück rausgebrochen und hat es weggeschleudert. Also dass solche Kräfte zusammenkommen, keine Ahnung, also da bin ich raus. Aber nicht vom Sprengstoff, das müssen wir inzwischen. Beim Zusammenbrechen gerät ein Stahlträger unter Spannung, so in etwa wie ein gespannter Katapult. Der Träger bricht und schleudert das Bauteil über einen Kilometer. Eine der Konsequenzen. Richtung Kieler Förde werden leere Schiffscontainer angeliefert. Sie sollen als Splitterschutz dienen. Die Container werden alle noch beschwert. Die untere sind drei Container übereinander, fünf nebeneinander und die unteren werden jeweils mit 25 Tonnen noch befüllt. Das Kesselhaus wird baulich geschwächt. Deshalb sind Sturmböen eine potenzielle Gefahr. Doch die Schwächung geht weiter. Der Sprengtermin muss möglichst eingehalten werden. Denn die Behörden sperren sogar die Kieler Förde dafür. Das Warnsignal bedeutet ... Baustelle evakuieren. Der Wind nimmt zu. Es könnte zu viel sein für das geschwächte Gebäude. Raus! Raus! Ja, wir haben Wetterwanderung, Orkanwanderung bekommen. Das Gebäude ist ja vorgeschwächt. Und durch die Vorschwächung haben wir eine Grenzwerte, die Bufordskala 8. Und die haben wir jetzt mit einer Bühel überschritten. Wir machen jetzt Vollzähligkeit. Also unsere Leute alle zum Container. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Baustopp, bis der Wind nachlässt. Noch haben die Sprengleute Puffer bis zum Sprengtermin. Nach sechs Stunden geht es weiter. Jetzt soll geladen, also Sprengstoff verbaut werden. Die Schneidladungen werden auf die geschwächten Stahlprofile montiert. Ein 15-köpfiges Sprengteam arbeitet auf dieser Baustelle. Ein Sonderfall. Brauchen wir aber auch. Durch den Wind und dadurch, dass wir zwei Monate in der Hebebühne, zwei Monate am Vorbereiten, zwei Monate am Ladungsanbringen, müssen wir abarbeiten. Geht nicht anders. Der verantwortliche Sprengberechtigte, wie es in Behörden deutsch heißt, überwacht die Arbeiten. Für alles, was hier geschieht, trägt Sprengmeister Eduard Reisch die Verantwortung. Das ist also keine Übungsbaustelle, beileibe nicht. Das ist eine der komplexesten Kesselhaussprengungen inklusive der Denox, die ich selber je gesehen habe oder auch von Kollegen erfahren habe. Mit Denox ist die Rauchgasentstickung gemeint. Hier links das rot-weiße Gebäude, das zwar direkt neben dem Kesselhaus, aber doch auf eigenen Beinen steht. Edis Lebensgefährtin Elena Diede hat auch die Sprengausbildung absolviert. Ich bin eigentlich gelernte Krankenschwester. Über 20 Jahre habe ich als Krankenschwester gearbeitet. Und dann war ich vor ein paar Jahren bei der Sprengung dabei. Da war Kamin gesprengt und seitdem, ja, das ist meine große Leidenschaft. Ich will nichts anderes machen. Das ist mir eigentlich egal, ob Mann oder Frau. Die Elena passt halt sehr gut zu unserem Team. Danke. Die hat eine unheimliche Stärke in Empathie. Die tut dem ganzen Team unheimlich gut. Ruhig, ausgeglichen. Das ist ein sehr interessantes Büro. Sprengberechtigte. Ich würde vielen Frauen empfehlen. Die gesamte untere Frontfassade soll herausgesprengt werden, um das Kippen des Gebäudes nicht zu behindern. Unzählige Big Bags mit Kies sollen Splitterflug verhindern. Auch eine extra Maßnahme nach der Panne im Frühjahr. Sprengmeister Reisch behält das große Ganze im Blick. Der ist der Dirigent von den ganzen hier. Der ist der Dirigent von der Firma. 40 Jahre Sprengerfahrung. Was soll man denn da mitmachen? Das lernt man nicht in der Schule. Das ist so. Da kann man nur immer zuschauen und lernen. Da braucht keiner ankommen mit zu sagen, ich habe jetzt einen Sprengschein gemacht und ich kann jetzt die Welt erobern damit. Das funktioniert nicht. Lernen tust du auf der Baustelle. Einmal ist es schön und einmal tut es weh. Das ist die hohe Kunst, diese ganzen Dinge zu koordinieren. Das ist wie ein Orchester, das muss abgestimmt werden. Man kann mich durchaus als Dirigent des Ganzen bezeichnen, klar. Weil wenn das alles da ist, dann muss hier, ich sage es jetzt mal vereinfacht gesagt, Palett gemacht werden, ja. Im ehemaligen Keller des Kesselhauses werden jetzt die Bohrlöcher des Fundaments bestückt. Es ist wichtig, dass diese Betonklötze richtig zu Staub zerfallen, damit das Stahlskelett in den Keller stürzen und komplett umkippen kann. Die drei vorderen Fundamente werden mit insgesamt 113 Kilogramm Sprengstoff in die Luft gejagt. Auch wir haben immer einen kleinen Sicherheitszuschlag dazu. Wenn du grillst, denkst du dir, zehn Leute sind da, dann kaufst du zwölf Fleisch. So ein, zwei nimmst du immer dazu. Genauso ist es beim Sprengen, dass du sagst, okay, das ist die Lademengenberechnung und dann gleich das Ganze halt, dass du vernünftig arbeiten kannst mit ganzen Patronen aus oder so. Und dann sind halt drei, fünf Prozent Sicherheit noch mit drin. Du musst zusätzlich reinkommen und das ist dann deine Sicherheit. Vor dem Kesselhaus entstehen die sogenannten Fallrippen. Diese sollen die Energie des umstürzenden Stahlkolosses teilweise abfedern. Und außerdem ein drei Meter tiefer Graben, in den das Stahlskelett mit Schwung hineinstürzen soll. Die sogenannte Busleitung hat zwei Funktionen. Einerseits liefert sie die Energie für die Zündung und andererseits ist es eine Art Netzwerkkabel, mit dem der Zündcomputer mit jedem der 288 Zünder kommunizieren kann. Okay, also das ist Fundament und die vorne sind Fundament. Gut. Dieses System ist nicht einfach elektrisch, sondern computergesteuert. 131, 1100. Jeder Sprengsatz ist mit einem eigenen programmierbaren Zünder versehen, der auf die Millisekunde genau eingestellt wird. Die gehen 30 Millisekunden nach den Stützen, weil der das Gestein hier nach oben spritzt und mir die Schneidladung sonst wegschlägt. Die Fundamente kommen einem etwas nachher. Da ist die Arbeit bei den Schneidladungen schon erledigt. Wichtig ist, dass sich die Sprengladungen nicht gegenseitig zerstören. Deswegen werden sie zeitversetzt gezündet. Den Puffer, den wir hatten, der ist weg. Das kostet wieder unnötige Zeit. Weil man einfach nur ein Klebeband nehmen muss, zusammenrollen, hin zur Seite legen und gut ist. Und nicht einfach runterschmeißen. Der muss von dir sein. Aber im Augenblick scheint die Sonne. Die Zeit läuft davon. Die Zeit läuft davon. Ich bin seit 12 Uhr Mitternacht wach. Es gibt keinen Kaffee mehr. Die, wo ich Kabel in der Hand habe, die Orangenen. Ach so, die Orangenen, sag das gleich. Jetzt frage ich mich wieder, wo ist die künstliche Intelligenz, wo sich der Zünder jetzt eigentlich meldet und sagt, hier, ich bin's. Der Tag der Sprengung. Die sogenannte Firing Line wird 304 Meter bis zum östlichen Teil des Geländes gezogen. Der Zündcomputer. Zündmaschine haben wir, Ersatzzündmaschine haben wir. Ich hab eine Zündmaschine. Da kommt die Ersatzzündmaschine. Haben wir noch Ersatzgebäude zum Sprengen? Auch die heilige Barbara muss dabei sein. Die Polizei wird von hier aus die Absperrung der Kieler Förde und von vier weiteren Zonen koordinieren. Ein letztes Mal zum Kesselhaus. Ja, wir fahren uns vor, wir gehen hier in Position, weil es nachher relativ zügig gehen soll. Und dann das Auto in Fluchtrichtung parken. Richard wird der letzte Mann am Kesselhaus sein. Eine finale Überprüfung, dass sich hier keine Menschenseele mehr befindet. Schaut gut aus. Auf den ersten Blick geht's von hier aus. Ihr habt's jetzt von vorn noch mal sozusagen durchgekommt, oder? Ich bin auf dem Turm als Wachturm und der Sven macht den Rundgang außen und rundum. Der kontrolliert dann auch bei uns die Halle drin, dass die Polen raus sind, weil die waren vorn noch hinten. Der Herr Brock mit den Polizisten und den Kameraleuten sind gerade auf dem Rückweg. So, jetzt fällt die Colorline raus. Unser letzter Punkt, den wir abarbeiten müssen auf der Liste. Wenn die draußen ist, dann sind wir durch. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Das war schon mal sehr gut. Einmal lang heißt Sprengbereich räumen. Und nach fünf Minuten? Achtung, zweimal kurz. Gehörschutz. Gehörschutz. Zweimal kurz signalisiert. Vorbereitung zum Zünden. Herr Röpfchen, wir haben das Signal, ja? Ja. Also es gibt einen scharfen Knall. Drei, zwei, eins. Das waren drei Kilo. Ein Knall, um Vögel zu verscheuchen. Im Container sammeln. So, dass wir zur Hauptsache übergehen können. Man hört nachher so ein bisschen Pfeifen von den Splittern. Die kommen nachher vorne irgendwo runter. Da haben wir nicht Wunder da drüber. Schauen wir's. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Null. Sprengung. Scheiß, Dinox ist stehenbleiben. Das gibt's doch nicht. Der Anbau bleibt stehen. Wieder eine Panne. Aber die Ladungen sind doch detoniert. Mit vor geht's. Ihr beide. Und der Richard. Edi, die Ladungen sind detoniert. Bist du sicher? Die ganze Gummimatten sind nicht? Nein, wir schauen jetzt das mal an. Das muss ja eine Ursache haben. Wer ist mit dem Funkgerät da? Okay. Die ganzen Gummimatten sind alles weggeschaut. Alles detoniert. Die aktuelle Lage gestartet. Es handelt sich so, als dass das angrenzende Dinox-Gebäude nicht zu Fall gekommen ist. Der Sprengmeister inspiziert aktuell das Gelände und wird in Kürze dann eine Rückmeldung geben, inwieweit hier jetzt weiter zu verfahren ist. So lange bleiben bitte sämtliche Sperrmaßnahmen aufrechterhalten. Das Ganze ohne Quittung. Alle Ladungen sind losgegangen, so wie wir das bis jetzt gesehen haben. Nur haben sich die Querschnitte halt wieder aufgesetzt. Die sind zum Teil zwar halbversetzt, aber das hilft nichts von alleine. Da fällt die Bule sehr wahrscheinlich nicht um. Wenn du das anguckst, ne? Der hat alles komplett rausgeschnitten und hat sich dann gesetzt. Steht auch beiden wieder oben drauf. Oben wie unten. Und ich glaube, der ist so schnell durch das Gewicht wieder runtergekommen, dass er gar nicht ans Rutschen gekommen ist, ne? Genau, wir rechnen mal. Die Sprengladungen haben richtig funktioniert. Aber das Gebäude hat sich danach wieder auf die Schnitte gelegt. Die Stützen haben sich quasi verkeilt. Aber das Ding steht wie in der Eins, da knackt nix, da tut nichts. Da ist ... Wir haben jetzt auch gewartet, komm, fall nur um, fall nur um, fall nur um. Aber ... Ach, Mann. Manchmal ist der Wurm drin. Für Richard ist dieser Einsatz beendet. Er muss morgen auf einer Baustelle in Wien sein. Nichts Schlechtes, wo nichts Gutes dran ist. Wo man was draus lernt und wo's dann das nächste Mal anders ist. Ich glaube, hier hat noch nichts gehabt, wo keine Überraschung war. Noch nichts, wo's keine Überraschung ist. Zweiter Versuch. Mit sogenannten Kick-Ladungen will der Sprengmeister die verkeilten Beinstützen seitlich heraussprengen. Ja. Sicherheit gestellt. Und Verbinder 3, Frage Sicherheit. Sicherheit gestellt. Wir haben Sicherheit. Kommen. Und dann, bitte die Leute wieder in den Container rein, ja? Position einnehmen. Achtung! Jetzt! Wieder nicht. Langsam, langsam. Mit direkt raus. Rennen, Leute! Wir brechen jetzt für heute die Aktion ab. Alle Absperrmaßnahmen können aufgehoben werden. Aber wir müssen natürlich immer betrieblich entsprechend das absperren hier. Dreimal kurz signalisiert Entwarnung. Also wenn wir darauf warten, dass die Hütte einfallen, da können wir lang warten. Hälfte nichts, ist ärgerlich, muss man mitnehmen, die Erfahrung und beim nächsten Mal muss man es halt besser machen. Zeitfenster für morgen, das Gleiche? Also wie quasi ... Ich glaube, wir können morgen früh springen. Die sind ... Nein, wir können morgen früh springen. Ideal wäre ab Mittag sein. Ab Mittag, okay. Es hätte auch nicht so viel gefehlt, wie soll ich sagen. Wenn sie noch ein bissel weitergemacht hätte, dann wäre sie schon gekommen. Aber hat es halt nicht wollen. Ich meine, die Barbara hätte vielleicht noch ein bissel anschieben können, aber die ist auch nicht immer so zuverlässig. Die Tür ist zu. Die Tür, die habe ich vorhin schon gesagt. Ja, die muss man einfach aufmachen, dass die Energie da vorlaufen kann. Ja, dann geht das so. Na gut, dann würde ich sagen für heute, lassen wir es mal soweit gut sein. Dann bis morgen und wir ... Wunderbar. Also dann schönen Abend noch. Danke. Die geplante Sprengung des Kesselhauses hier links ist heute gründlich daneben gegangen. Die rote Entstickungsanlage bleibt standhaft. Morgen Vormittag wollen die Sprengmeister es ein weiteres Mal versuchen. Am nächsten Tag der dritte Versuch. Kameras dürfen nicht mehr in der Nähe der Sprengstelle sein. Und sie fällt doch. Geschätzte 12.000 Tonnen Stahl müssen in den nächsten zweieinhalb Monaten verschwinden. Sieben Monate seit der ersten Sprengung. Der Schornstein ist als letzter dran. Edi Reich und seine bayerische Sprengmannschaft hängen als Splitterschutz Matten aus alten Lkw-Reifen auf. Die angewandte Sprengtechnik ist so ähnlich wie beim Fundament des Kesselhauses. Der Pfeiler geht so V-förmig auseinander. Dieses V wird in einer Höhe von sechs Meter rausgesprengt. Und dann ist es ja so, dass der Kamin auf einem Tisch steht. Und wir nehmen jetzt zu diesem dreibeinigen Tisch, nehmen wir jetzt ein Bein weg, das sprengen wir raus. So dass der also sein Gleichgewicht verliert und in eine Richtung kippt. In die hinteren Beine wird ein zehn Zentimeter tiefer Schlitz geschnitten. Eine Sollbruchstelle. Sprengmeister Edi Reich zeigt den Behörden die Sprengstelle. Jetzt mal Leinhard, so mit Blick auf die erste Sprengung, wo wir dieses seltene Phänomen hatten. Das kann hier so ausgeschlossen werden. Wir haben hier kein Stahlteil, das ist alles im Beton drin. Also wenn da was bricht, dann sind das, wir sollen sagen, vielleicht ein paar Betonbruchstücke. Vielleicht hier, wo da baut sind, weiter definitiv nicht. Und dann natürlich hast du diesen sogenannten Trompeteneffekt, wenn also diese, wie so ein Rohr zusammen gedrückt wird. Dann drückt das einmal vorne bei der Mündung und natürlich unten am Fuß mal raus. Und das kann rückwärts gerichtet sein, aber natürlich auch vorwärts. Das neue Gaskraftwerk nebenan darf auf keinen Fall beschädigt werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Passt. Jetzt fängt dieses Kribbeln, das kommt jetzt. Jetzt hat man Zeit, Pause. Jetzt fängt man schon nochmal zu denken an. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Wenn das passiert, dann das, dann das, dann das. Mir geht schon im Kopf alles nochmal durch. Ich bin jetzt schon zwei, drei Mal durchgegangen. Ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Punkt. Ist so. Und alles andere wird jetzt dann das Schwergewicht machen. Die Zündmaschine auch. Achtung! Zündung erfolgt in drei, zwei, eins, null! Scheinbar verzögert merkt der Schlot die Schwerkraft. Die Beine versagen. Die Schwerkraft gewinnt. Die Sprengung ist offensichtlich planmäßig Erfolg. Ja, hui! Das gehört in Bayern so. Das ist Echo. Der ist genau so, wie er sollt. Du kriegst eine Kehrschaufel und einen Besen von mir, dann darfst du aufräumen. Mehr ist nämlich nicht mehr. Das sind alles Kleinteile, Schrott, Material kaum vermischt. Der hat schön ins Fallbett eingetaucht, der ist überall zerbrochen. Das, was wir alles bis jetzt sehen, ist das sehr, sehr schön. Wir können uns im Augenblick nicht beschweren. Liegt auch wie ein Kleeblatt. Darf bloß keiner mehr anrufen. Es ruft keiner mehr an. Nichts im Umfeld ist zu Bruch gegangen. Mission Abriss erledigt. Mission Abriss erledigt. Mission Abriss erledigt.